fortsetzen entkommen ja du sagst es ein cooles intro wieder meine ende gleich wieder auf die seite hier mit kohle ausgeben so ich sag mal herzlich willkommen wieder zu volksgamerhaus und den freckles und ja seit langem wieder apple gletschens zusammen mit dem haki 77 und dem goldfire n68 jetzt spruch ab oder so ja tatsächlich vom dino so ja 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 ich bin immer noch beim intro tut mir leid ja alles gut neue episode verfügbar die frau die weg ging sauberen schnitt war das direkt durch und 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 Das ist alles, ich bin fertig. Ich gehe zurück zum Boot. Es ist ein Wälder. Es ist ein Wälder. Ihr habt einen Wälder. Und jetzt geht es ein Wälder. Das ist ein Wälder. So, ich bin im Menü. Aggressivents, dunkle Tiefen. Was ist ein dunkles? Achso, das erwendet wieder hier. Zwei neue Charaktere, die ich nicht kenne. Lea und Ash. So, hat sie mir eine Einladung geschickt oder schickle ich eine schicken oder wie machen wir es? Ne, ich habe noch nichts geschickt. Na, ich finde es mir egal wer macht. Muss man mal gucken. Der Meister des Hinterhalts. Aha, und Ash. Einführen, ok. Das ist der neue Battle Pass. Ach. Ach. So, dann lasst uns mal auf die Mütze kriegen. So, dann lasst uns mal in die Mütze weg. Halbstücke. Oh, hä? Oh, hä? Oh, hä? Oh, hä? So, loadout. So, das muss. Aber wo der Tiefen? Was ist das eigentlich alles? Achso. Echt jetzt? Also, die lasst sich ja immer schon was in den Falle so mit äh... Mit den Skins und so. Also, das ist ja mal... Mit den Skins. Im Blähter? Auch in して immer noch mit den Skins. Wir diyorum sammere. Und ... Okay. Da kommt der Dürrchen. Ich gebe Ihnen noch ein Spiel. Themen-Event. Oh, krass. Oh, sei doch nicht cool. Da sind aber schicke Kostüme im Themen-Event drin, ne? Endlich mal. Modus exklusiv Battle Royale Arena. Ich habe wieder Battle Royale. Ja? Ja. Achso. Wer ist denn ein Battle Royale-Spiel? Ja. Ja. Der Welt? Ist das einfach eine neue Karte oder was ganz anderes hier? Ja, ich dachte, eine neue Karte habe ich irgendwo gehört mal. Ja. Das ist ja neu, weiß ich irgendwie. Ähm. Ich kann es ja, ich war es nicht. Ich war schon ewige Zeit nicht mehr drin. Unser Eggpex ist per Experte. Das ist nicht mehr im Thema. Nee. Nee. Oh. Oh. Du bist schon. Wohin wartest du? Zieh'n wir's durch. Für meine Freunde nur das Beste. Der Peter mit seiner Bangalore. Zwei Mädels und ein Spinner. Immer die Gewinner. Ja. Tut mir leid, aber das könnte euer letzter Erlaub sein. Ja. Okay. Alte Map. Mehr auf der Welt, ne? Egal was kommt. Mit Watson bleibt die Spannung immer hoch. Wir sollten hier landen. Da? Was ist denn da? Da? Was ist denn da? Na nücht? Einfach. Einfach. Egal. Das sieht irgendwie neu aus. Konzentriert euch auf den Preis. Da stand der falsche Knopke drückt. immer rot hier wir würden was hier rein muss hier ist ein blauer ding es kommt okay der schnell der spiele das wir gar nicht mehr gewonnen hier habe ich die die hause ein bisschen umgestaltet würde ich so die richtung ist ja alles klar hier sind verkaufsautomaten und waffen kaufen das vom letzten mal schon ich kenne ich nicht die schlusserraten hier das war ja ich habe ein bisschen energie ich bin direkt hinter dir ja direkt kannst du so nicht sagen hg du wusst bin im ring drin da ist noch ein bisschen ungewohnt worden hier aber ich würde über die stelle der über die brase tust die waffe durch die neue betriebe des lmg mit vermiet aufgeladen auch die grüne schwere munition kann ich brauche hat jemand scharfschütze ich habe hier gefunden ich habe noch ein bisschen schwere munition für dich wenn du ein schweres magazin findest und unten waren noch welche aber warte mal hier ist nein habe ich das wille getauscht im schießen ja 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 wenn schießen ja schießt das hat aber gerade geschossen warum ich habe auf das ding geschossen ja ich komme ja schon ich habe lieder ja so viel kann ich auch nicht auf dem rucksack ja ich bin voll was hast du einen blauen so ok alles gut noch sieben squads trotzdem sind wir schon mal wie hat er schon ewig stimme für fähigkeiten was kann ich mir wasser versuchte ich habe noch der schleudersitz lange her die epex-runde ich bräuchte wirklich diese optik da vorne wird ihr feiert wir auf 10 uhr haben wir auch und auf da wo der hacke hinrennen da kamen auch schüsse her aus der richtung und hier die richtung also doppelklick war ok doppelklick war ok doppelklick doppelklick r1 ich sage mal ja wir brauchen wirkungstreffer Oh, Achtung! Hm. Wo bist'n du, HG? Du bist da aber okay. Ein Stein, ja. Passt 8, Peter. Mhm. Weil davon doch kam's ja auch. Mhm. Ich sehe keinen mehr, die sind wahrscheinlich im Gebäude oder dahinter. Ich denke, du hast da noch Rauch, ne? Mit, was war das? Ich glaub' L1, ne? Ja, ja. Genau. Ja, Peter, Peter noch? Jetzt bist du doch nur im Kreis. So, mach' schon mal Rücken frei, jetzt will ich's sagen. Oh! Oh, wo war der? Was für drin, Peter, oder bist du? Ja, ich bin drin gewesen. Ja, Peter ist drin. Ja, Peter ist drin. Achtung, hier. Hier. Na ja, war doch noch mal schlecht. Sagen wir nicht? Nee, nee. Ich wurde erwischt, aber es... Achso. Aber es war gar nicht mal schlecht für die erste Runde, seit, keine Ahnung. Zweier? Ja, denn ja, ist locker, ja. Locker, locker, ja. Locker. Bei mir sind locker, locker, ja. Ich müsste gucken, wann ich mal Hand geholt hab', dann kann ich das genau sagen. Müssen wir wieder rein, glaub' ich, ne? Ja. Da, Tür. Ja, ja. Die hat's ja wohl Schutzmauern aufgebaut. Ich schieße ihn? Das schießt du? Ja. War da nur Orne, oder waren da mehrere? Ich meine zwei wären da. Ich hab nur ein Mädel gesehen, was rausgekommen ist zu mir hinter. Oh. Das Ding hat er aber weit geschmissen, ey. Alter Schwede. Fünftiges. Gleich schon der Regen müssen jetzt so langsam da rüber. Ja, ja. Oder mal hier. Doch. Oh, beinahe. Was bin ich denn jetzt hier, oder? Der ist hier drin. Wo bist du denn? Bist du drin aus? Nee, der... Ach, ich hab's zu weit gehofft, ich bin hinter dem Ding gelandet. Ich hab's drüber geworfen. Der hat das Geschütz aufgebaut. Bist du das? Ja. Ein Dreieck. Boah, das... Wenn du bergen wolltest. Nicht, ja. Du musst ihn jetzt da streiten. Hä? Warum gehen das denn? Abzeichen von wer... Hä? Mit dem Teammitglied? Hä? Geht das nicht mehr auf dem? Zurückkommen. Oh, fuck. Oh, fuck. Hä, konnte ich dich jetzt nicht aufheben? Mal anscheinend nicht. Wieso denn das? Welches ist geändert worden? Ja, ich bin down. Rechts, die kommen rechts rum. Hinter dir, Sascha. Ja, das konnte ich jetzt nimmer. Warum konnte ich das jetzt nimmer? Ja, weil ich war echt so lange tot. Schon. Gewesen. Ah, da muss ich Viereck drücken und core. Oh. Hm. Wo ist denn hier so ein... Hm? Aber Rille oder Hille? Komm ich doch noch hier? Der Grüne da, ne? Wie heißt denn bei dem Schwagelsaft? Auch einiges. Ach, was, was ist denn... Ich bin da. Ich bin da noch zwei Sekunden. Ich bin da noch. Ich bin da noch. Ich bin da noch. Ich bin da noch ein paar Mal. Ich bin da noch. Und, äh, ein Sprungbrett. Der Kreis schließt sich schon, der Kreis schließt sich schon. Ähm, wie macht man dann hier, wie tut man dann die Dings aufladen eigentlich? Er ist mal weg. Äh. Nein, das tut es von da, bitte. Mal schildern, wie tut man das nochmal aufladen? Wie war denn das? Oh, der hat es ja nahe. Oh, nahe geordnet. Ich habe gerade gar nichts am Waffen. Top 3 sind wir schon mal. Oh. Jetzt gedrückt halten müssen. Da ist einer. Wir sind da. Boah, der hat mich gesehen. Huh. Ich habe nichts. Ach, hier ist es. Hey, Mann. Guck mal, da, hier hinten am Dings müsste, glaube ich, noch Kiste liegen. Hier, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe hier Besuch. Wo auch, da kommt jemand. Da kommen sie. Da kommen sie. Ah, am Ring. Da kommen sie sich. Oh. Wie geht's. hier oben sind wir gold richtig haki während ich bin weggegangen der kommen runter im kreis nicht drin ich hätte auch bleiben soll ja wohl schaden das erste mal nach dem jahr ich habe die insel da erreicht die top 3 als gibraltar octane und dings habe ich auch die habe ich auch kräfte stufe 2 überleben sechs links schließungen hast du ein schatzpaket erhalten als platzischen plus möglich dass du ein abzeichen rahmen für rosenpartner sowie waffenskons für die ausländer bei twitch prime holt ich mir immer noch die legendärte die skins was es auch gibt die hol ich mir schon so kann man ja du bist nicht mehr gucken bei links über bereiten was man so spielen kann die insel spielen kann wo es gucken wie bereits links dort ist es müsste sein ja wo trier steht da müsste irgendwas rangliste arena kann man spielen ranglisten arena können arena probieren rangliste liga noch 18 tage party crash er probieren wir das mal ja warte mal ich gehen wir noch ein bierchen holen heute dringend bis gleich Bis gleich. Hat sich einiges getan bei diesem Spiel, muss ich sagen. Einiges. Bis gleich. 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 das tür aufgegangen auf jeder person ja peter was acht das ist wenn wir achtung hier hier ja hier da ist noch hier heute dauernd von dauernd zeitwand gehen hier der kreis zu ok das ging flott ist noch so los hier zeitwand gehen der kreis zu das ist ja krass es ist präzision ist ja ich weiß gar nicht was schon im soleil jetzt habe ich die beste vorbei jetzt gibt es auf die ohrer also mir persönlich neu ja ja vor allem auch mit besuch da hinten ich glaube doch der royale spiele ich glaube doch die normale mit doch kannst du schon dreidings marina ja ja ich bin ja tot mein fresse die bianne sagen nix kann man besser so jetzt müssen wir mal ein bisschen auf basieren ach so da ist der kreis ist gucken dass wir ein bisschen der kreis kommen achtung hier drüben hier ist der order bei mir ja kommt junge junge ein gegen zwei ja ich bin so danke kurz richtig vor worden war und peter liebe da ist aber Achso, das war das fertigste Spiel, oder? Ja. Ein Assist. Ein Curve. Mhm. Und Undercard. Mhm. Mhm. Ja, ich muss auch was anderes nehmen. Der Geschmack vom Bier erinnert mich an so Fäden, wo ich vor über 20 Jahren war als Jugendlicher. So billig wie ausgeschenkt. Ach Fäden, ich weiß nicht, welche Faden meint der jetzt? Achso, ja. Ja, Partys. Scheu-Party und was weiß nicht. Also, das wird der auch damals so. So schmeckt der viel gerade, ey. Ja. Nichts Weckers dann. Okay, schon mal ein Bier, was du dir nicht holst wieder. nein das war die große kolosser den namen interessiert aber leider dass das aussagen deswegen ist es wenigstens kalt ist es ja aber ich hätte weiter arena oder ich würde noch mal machte ich will sie immer mal sehr mensch wenn die eine sauge haben der schwimmende bereit rückste die beste hier in dem knöpfchen trinken dann müssen wir glaube ich normale mode spielen dass das hier in der arena ja nicht kannst du wenigstens mixen oder sowas viel mit cola rein oder so oder fand naja hast du dennis diesel oder panzer wie man es nennt so ist dann bräuchte es ja ja so mit der richtung ich sag mal im osten rüber geht es das panzer das die welt genau die konvention der kohle 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 bekannt von die witz als die mix die uns ausgebaut okay gerne das im sommer mag ich die meiste das gemixte bis die branche der alte schwerer nöder ich weiß nicht, weil ich nehme es halt scheiße das hat gefehlt vorhin was? hier, das hat gefehlt Moment, was ist denn das hin, ja, ist er weg ach, nichts runter ich hoffe, der Köder ist ja clever, ne? so, jetzt ist er gesteuert das ist aber die Selbemap, oder, wie eben? ja, nein, ja da, hinten was war das denn? was ist das denn jetzt? vielleicht kenne ich auch nicht was war denn das? ich habe einen, glaube ich ich habe einen, glaube ich ich habe einen, glaube ich Werden beschossen! sauber Jungs der war hinter mir der lump, ey jetzt haben wir kurz das Horn geblasen wir uns doch wieder hier puh Hm, was denn los? Wo ist das? Mein Köder. Wir müssen auch ein bisschen weiter vorne. Oh, da könnte kein Paket ohne, okay. Achtung! Ja. Hier irgendwo, Köder. Hier, Truppe. Ein Hit. Schon wieder das Scheißding da. Oh, Scheißkreis. Einen hab ich genockt. Ich bin down, ich bin down. Da, hier, 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 hier. Wieder, wieder, wieder. Zauber. Zauber. Sehr gut, Jungs. Sehr gut, Jungs. Aber ist eigentlich gut, so ein bisschen, äh, warm werden wir so, ne? Ja, ein kleiner, kleinerer Mabian. Ein bisschen action sofort. Ich hör aus. Oh, shit. Das ist nicht gut. Wir vernehme uns hier, ne? Hm? Scheiße! Der ist eingehitted! schade und ich nein scheiße gepackt schade 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 Oh, die falsche Waffe mitgenommen. Halt die Klappe, ich höre nichts. Wie bei uns? Oh, geht er mal hoch, Mensch. Wo sind sie dann? Oh, schade. Da oben ist auch nicht. Da geht der nächste Auge rennt. Oben. Habe ich. Sauber. Jawohl. Yes. So, Jungs. Könnt ihr doch noch. Ja, ja. Bei mir sind auf mich zwei gekommen. Die sind nämlich außen lang rumgelaufen. Kampiones. 5-Kill-Caserscheiße. Der dritte Junge. Ja. Über 1000 Schlagen gemacht. Das ist schon wieder mal ein Erfolgserlebnis. Ja. Wo ist das? Was? Was? Ich hab das so einiges geschrieben. Ja, ja. oder wie eine breite sagt bescheid sascha du willst jemand anderes nehmen das kann ich das so aber den da halte ich der geht mir am ich kann es nur an anfang sagen muss ich sag mal noch noch beta gewesen ist das erste jahr da fand ich damals schon richtig gut aber jetzt ist die haben schon was aus dem spiel gemacht wahnsinn wenn ich jetzt höre das und gelesen habe gerade eben dass man eine netflix serie davon rauskommt ja ja habe ich gerade auf google gelesen weil ich nur epics brauche ja wieder mal so ein cover logo für den stream da habe ich wirklich gelesen ist und der wie netflix tatsächlich dass sowohl eine serie draus machen wollen allerdings ist noch nicht ganz graus ob sie es mit original schauspieler machen oder so als comic verfilmung praktisch das was ja auch gerade im trend zu wissen ist das was kommt die drohe insel sein Entschuldigung. wackelt war ganz könnte ich sein okay dass ich schon mal kein squad zugehöriges also was das neue nein ein wein wie macht bitte ist dann noch mal überhaupt ich mache es mit der kurser nach unten steuerkreuz steuerkreuz nach unten ja ich gehe mal längst rum warte war ja wohl so in sich nein das nächste also beim peter drüber Peter, hau nicht alles raus. Ich hole sie doch bloß, die Lokse muss raus, damit sie es nicht mehr erwischen können. Der Haki ist noch am suchen, da hinten. Die sind es, die komme zu dritt. Achtung hier. Hier. Ja, die komme zu dritt, Haki. Das ist alleine schwer. Jo, der ist doch schon da, oder? Ja. Heißt, Väter nicht so vorbrechen, ne? Ich war eigentlich noch geschlichen, aber die kamen ja alle dann schon in die Richtung, wo ich hingehen wollte. Ja, war schon weit vorne, alleine vor allem. Lieber bedeckter. Okay. Das freu euch. Wo lang? Links, rechts, bitte? Ich gehe mal rechts rum, diesmal. Ganz langsam. Also, links mal zu. Nee, rechts. So, dann bist du schon mit dir. Das ist doch links. Ja, links. Hast du euch dann noch rückwärts? Oh, ich schieße schon. Hier drüber. Da oben. Was sagt, hier komme ich schon hier hin rum? Ja. 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 Ja, ist doch gut. Schlimm, oder? Oh, guck mal, der kleine Kreis in der Mitte, ey. Du hast schon hingehen. Hä? Der kleine Kreis in der Mitte. Hm. War auf dem Mini-Map schon zu sehen. Keine Kreis. Alter, echt jetzt? Geht es? Geht es? Hallo? Ey, wer geht denn hier? Machst du frisch, Barscher. Ach, schade. Überfallkommando hier. Tja, ich habe jetzt wo gelähnt, ihr dumm Bratze. Die war bekloppt, ey. Ja, ja. Die spielen das Spiel zu oft. Ja. Nimm's dir dann. Und nimm's dir ernster. Aber es ist schön, dass auch flüssig läuft, das Spiel. Ohne irgendwie hängen sonstiges gar nix. Ja. Das ist mir gleich für die nächste Arena bereit. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Misst ihr aufs Klo? Nö, Antwort. Ich hab's schon gehört. Ich hab das Fägchen gesehen. Dann trägt das Knäppchen. Na, mach ich das. Ich hab's Knäppchen gedrückt. Wenn ich mithalten kann, hat Pech gehabt. Man könnte sagen, ich bin hier, um eine Show abzuziehen. Boah. Oh, ist das so geklappt. Boah. Du trägst dich auch. Mario, hab's doch schon gesagt. Mario. Das hat ja alles Geld kostet. Richtig. Da wird auch die Arbeit drin, deutsche Gerste, was auch immer. Nö, eben muss man auch mal saufen, ne? Boah, hat's doch... Ich liebe den Geruch, brennende Arenen am Morgen und am Abend. Das ist LMG. So, wie sieht es denn hier aus? Er ist ruhig natürlich hier. Na? Na? Ja, geht nicht mehr. Geht nicht. Was ist denn das hier? Alter Schwede. Wir sind auf dem Mond, guck mal nach oben. Geht geil aus. Ja. Fett. Ja, hochgerucht, bam, dort. Guck mal hoch. Wer schießt hier? Das war ich. Warte, Fede, bitte. Ich wollte eigentlich gucken, ich wollte zoomen, aber ein Stück. Ich habe den falschen Knopf auf der anderen Seite gedrückt. Oh, da oben ist er auch noch. Achtung, Fede. Geht zurück. Ja, aber ist er an der Kiste hängen. Ach, die wollen, dass er zu denen kommt. Oh. Oh. Und die kommen. Die haben mich. Ey, wieso? Oh, weißt du was? Manchmal. Was dann? Ja, ich sehe ihn zuerst, schieße als erster und schieße weiter und tut er mich. Manchmal verstehe ich es nicht. Manchmal verstehe ich es nicht. Guck mal, da ist ein Butterfly hier. Wir sollten hier lang gehen. Das ist ein Schiller. Das könnte das Blatt für euch wenden. Oder für die anderen. Herr Paket landet. Da ist meistens seltenes Zeug drin. Der kommt. Der kommt. Der. Hier irgendwo. Der? Der da? Hier. Aah. Aah. das gibt es doch nicht effektiv ich habe Platz vertreten gelangen na klar Ich glaube schon. ich höre die was auch hier drüber da kommt schon was hier glaube ich irgendwo hier aber das gibt es doch nicht ich sehe nichts hier ich bin tot ich kann nichts sehen keine chance 0 das war diesmal meiner ich wollte eigentlich in sascha decken so jetzt gehe ich mal an meine bis gleich eine sterne war hier 17 sterne gehabt bekommen auch echt cool stufen gemacht als schon das auch im battle pass gab da wir das sind die kostenlosen stufen machst du ja auch das muss jede saison neu kaufen mit den gewonnenen dingern die gelbe münze naja stimmt Das kostet glaube ich 900 Euro für die nächste Stufe. Das kostet gut. Oh, so schön. Aber Papierzütteln ist dann. Was kennt denn der Neuer eigentlich? Der Seer, Meister des Hinternhalts. Herzsucher. Höre deine Herzschläge deiner Gegner im Radius von 75 Metern. Wenn du durch ein Visier zielst. Zentrum des Innern. Rufe Mikrotonen und verzögere Druckwellen. Ah, das war dann der Typ mit Druckwellen. Okay, das was so enorm gewesen ist. Dringendienst stört und enthüllt. Position von Gegner anzeigen. Sie schnell bewegen und ihre Waffen abfahren. Okay. Offenbarung erzeuge. Eine schwerere Mikrotronne. Dann wächst man eine Position der Gegner anzuzeigen. Todeskisten. Stimmt, die Walküre war noch vom letzten Dings, okay. Dann ist die Ash, halt. Fähigkeiten. Bogen. Falle. Wirf einen wirbelnden Fäller. Und dann hast du den Gegner verletze. Fesselt. Der ihnen zu nahe kommt. Okay, echt? Cool. Da ist ein Einwegportal und eine visierte Position auf, okay. Todesmarkierung, okay. Naja. Ist das so die, vom Revenant die Gegnerin praktisch sozusagen? Gegenpart kann das sein? Kommt ungefähr hin, ne? Nochmal Arena, ja, ne? Sag mal kurz, hier wird doch irgendwie beim Anwachen das Spiel zeige ich mir eine Belohnung oder ein Geschenk hier von, äh, zu durch Star Wars. Ja, lässt man mal das, glaube ich, in die Rüchte. Star Wars? Mhm. War zur Spiel gestartet, war zur Stand irgendwie hier geschenkt zum, anlässlich, dass irgendwas Jubiläum mit Star Wars. Gab's in Star Wars Talisman? So eine Plakette. Mhm. Ja. Erbsstücke oder was? Nee, nee. Nicht mehr Talisman. Achso. Oh, ich habe den Namen vergessen. Da ist es. Star Wars The Old Republic. Zehnter Geburtstag, ne? Ja. Wo ist das drinne? Bei allen Waffen, der Talisman. Rechter Stick drin. Also hier ist ein Vorfeld drauf. Und dann, rechter Stick drücken. Was den Talisman hier drinnen kannst. Gibt's da neue Talisman, oder was? Mhm. Alle Waffen ansehen. Talisman heißt. Ich habe clean. Unter, ist er alphabetisch doziert. Unter S ist der. S-W-T-O-R. Hinter Geburtstagsmedaillon. Und der S? Hm. S-W-T-O-R steht dann da. S-W. Da war's The Old Republic. So ein rotes, 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 äh, goldenes. Noch da? S-W-T-O-R. Bin da blind. Ach, das Teil da, ja. Das goldene Teil da. Genau. Ich bin zwar bei Waffen drin, aber... Ja, da musst du, äh, R3 drücken, dann gehst du auf die Talisman. Nicht. Ach so. Und für was sind die Talismaner gut? Ach, die kannst du an die Waffe hängen. Ah, okay. Am besten. Rein optisch. Ah, okay. Ah, okay. Rein optisch. Und für was hast du gesagt? Hm, 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 hm. So. Wackelkopf. Na. Ah. Ich muss auch 150 Schirm mit Scharfschutz und Gewehren. Season 11 ist das schon, wo habe ich schon gefehlt? 11 ist das schon? Boah. Ich habe, glaube ich, ein 8 zusätzlich gespielt. Mit der 8 oder der 9? Warte, ich gucke mal zu meinen Legenden. Doch, den Blatt kommt damals angepasst, wo wir Arena gespielt haben. Es geht ja nur noch 16 Tage, also, und daher, das ist ja auch schon wieder eine Weile. Und bleibt dann, glaube ich, Sieg in Season 18 in der Plakette stehen, also, ach, das hieß es jetzt. Noch 9 Tage, oi, okay. Hm. Man hat einen Haken ja nicht rein. Ich habe es gleich. Du musst ein bisschen meinen ausrüsten. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Kannst du mich gleich nochmal einladen, bitte? Mach ich. Danke dir. Du wurdest aus den Club-Atmastratoren beurteilen in den Club entfernt. Na ja, ist okay. Kann nicht mehr leben. Ich auch. Ich mache den Club zu. Oh, den Club gibt es nicht mehr. Hm, hm. Da hast du einen Club aufgelöst. Auch einfach nur so. Hm, hm. Bist du doch hier? Nö. Haki, wo ist er, der Haki? Da. Nimmst einen neuen Club oder was? Nö. Oder soll ich nochmal eine Einladung schicken? Hm? Ich habe eine Einladung geschickt. Du hast eine Einladung geschickt? Nee, zu, äh, der Haki. Ach so. Und warte mal, ist er da. Hm? Auf dem Handy ist er gekommen. Geht doch nochmal. Hm, kommt nichts an. Hm. Der Peter hat zwar noch stehen, das ist BCRW. Stimmt ja nicht. Ich bin gut, ich bin. Sascha steht aber noch bei mir hier. Warte mal, hier steht nochmal. Einladung gesendet. Hm. Warte, du musst was eröffnen, Haki. Dann geh mal zu dir rüber. Warte, ich mach die Stille mal aus. Nee, die Stille. Bist du da eigentlich drinne? In einer Party eingeladen. Kann man eigentlich nur einmal einen Talisman nehmen, oder kann man da auch mehr annehmen? Für jede Waffe kannst du ein Talisman nehmen. Habt ihr einen Einladung bekommen? Nein. Also ich nicht. Das ist nochmal ausgeschickt. Das haben wir kaputt gemacht. Oh, voll. Ich mach nochmal mal. Ich mach nochmal mal. Ich muss ihn. Mal Party verlassen. Vielleicht nochmal spielen. Neu starte oder so. Ich starte was nochmal neu. Ich mach's auch. Ich mach's nochmal raus. Ich mach's. War Apex immer schon von EA? Mhm. Ja. Das stimmt. Ja. Oh, das ist doch nicht so schlecht. Oh, das ist doch nicht so schlecht. Ich komm nicht rein. Ich bin immer noch drinne. Ich hab mal neu gestartet. Ich bin auch wieder drinne. Ich geh mal zum Sascha rüber. Ich komm nicht rein. Halt. Erneut versuchen. Machen wir mal so. Fließen. Jetzt sind wir zusammen, ne? Ja, ja. Was ist denn da oben los? Ein Krefeld. Geh interneterisch, oder was? Ja, mir ist das gerade so. Der Bambusleitung. Der Haki hackt schon wieder. Der alte Hacke. Ja. Der hat seinen Klitschmode in mein Ding an. Aber stimmt ja nicht. Ich bin gerade in mein Hauptmenü und geh auf Freunde. Und es steht hier, suche nach Freunde, die online sind. Also, als ob ich gar nicht irren wäre. Also, als ob ich gar nicht irren wäre. Wie spät hoch ist denn? 5 vor 12. Es ist 5 vor 12. Ich fahr mal Konsole aus und komm noch mal neu rein. Ja. Bis gleich. Bis gleich. Hat da wo einer das Internet nicht bezahlt, hä? Wir haben sie gewarnt. Genau. Sie wollten es so. Richtig. 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 Also, für mich ist das wie, als würde ich neu wieder anfangen. Ich habe die ganzen Eindrücke hier. Wenn ich mit dem Rutschen und so weiß ich ungefähr noch, was da so ist. Aber das Pinken. Ich gucke mich erst noch ein bisschen um und dachte, okay. Neue Dings. Ich finde, die haben auch ein bisschen mehr Farbe reingebracht in dieses Spiel. Kann das sein? Kann sein. Ja. Also, für mich ist das der Eindruck so, sag ich mal. Ja. Das kann sein. Das hat ja immer überall, wenn du das siehst irgendwo online mäßig. Von der Statistik her. 1800, 1400 K hat es locker. Also, welche Leute die das spielen oder wie auch immer. Ja. Ja, ja, ja. Bei Fortnite ist es wie gesagt ziemlich ruhig geworden oder sowas, finde ich. Läuft wahrscheinlich immer noch, nehme ich mal an. Ja, aber das wird noch gespielt. Ja, ja. Definitiv. Hast du die neue jetzt so gerade? Kann das sein? Sehe ich das gerade? Hast du die neue da? Das ist die neue? Das ist eine der neuen, ja. Und dann gibt es ja noch den hier da, der als letztes kam. Also, ne, die kam als letztes. Mhm. Und der kam davor, der sehe. Okay. Ah ja, der. Okay. Du hast ja gelesen, was er für Fähigkeiten hat. So einen Herzschlag hört er dann, wenn er jemanden anvisiert oder sowas. Ja, ich kann mir ja, Herr Legenden-Talken, da habe ich 128.000. Also, das ist ja. FX Münze habe ich 775. Okay. Herstellungsmetalle 2110. Okay. Ist ja lächerlich, was ich da habe. Da waren es nicht wir drei, die damals mit Apex angefangen haben, ne? Da dachte ich. Ähm. Ich glaube, so war das. Ich glaube, wir drei. Und der Retro kam dann später hinzu. Das kann sein, ja. Und er hatte mir erst den Neue, ich war... Oder wir zwei. Dann haben wir Hacki noch überredet. Und dann kommt dann... Ja, stimmt. Stimmt. Da haben wir das... Dann habe ich das ja angefangen zu streamen, glaube ich. Und dann... Weil ich glaube, der Hacki war in der Zeit bei Ark drin gewesen noch. Das kann sein, ja. Ja, okay. Hallo. 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 Ich war gerade schon am Handy. Wollt ihr euch schreiben, da ich rausfinden wollte. Weil es dir gar nichts mehr zahlt. Ich war nicht mehr online mit der Konsole. Und keine Ahnung, was dort irgendwie irgendwie schon viele angezeigt worden sind. Auf einmal, ob er sich schreiben wollte. Zack. Warte dann. Warte mal. So, warte mal. Schickst du ihm eine? Dann warte ich. Das nicht vielleicht durcheinander kommt. Da kommt ein Peter an da rein, ne? Es kommt ja alle nach, die ich geschickt hatte. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich, ja. Ich hatte mich jetzt nichts mehr geschickt. Gerade eben vom Sascha, die nehme ich jetzt mal hier. Beut reden. Ah. Was ist denn jetzt los? Der Inhalt kann nicht verwendet werden. Es kann keine Serververbindung zu überprüfen, jetzt untergestellt werden. Was ist denn hier los, ey? Ich weiß nicht. Oder Quark. Der Scheiß. Oder probiert doch mal uns hier zu laden. Kommst du so in ein Spiel rein? Nein, auch nicht. Ah. Das hab ich vor kurzem schon mal gehabt, ne? Aber vor allem mein Spiel ein Schloss drauf. Jetzt hab ich gar nicht, äh, PS Plus drin wäre oder was? Ach, muss ich vielleicht bei PS Plus nochmal anmelden? Also, da nochmal auslocken und wieder einlocken? Weißt du dein Passwort zufällig? Dass es da vielleicht dran liegt? Nein. Ich weiß grad nicht mit Sicherheit. Deswegen, dass ich was lieber mache. Okay. Ich weiß auch nicht, Jungs. Aber du hast ja schon ein Jahres-Dings, oder? Jahres plus Abo. Immer Jahres Abo, ja. Ja, ja, ja. Hab ich gerade jetzt im Dezember gemacht, ey. Na gut, dann dürfte es ja nicht dran liegen. Müsst du mal versehen können, ne? Hier ist das Ding Lizenz, ne? Ja, genau. Das kannst du abrufen, wenn du abrufen an deinem PlayStation Plus kannst du das auch auf diesem PlayStation Plus Zeichen kannst du so abrufen, ja, ja. Dann kommst du ja auf diese PlayStation Plus Seite, nur auf die PlayStation Plus Seite und dann siehst du dann, wann dein Ding ist abgeläuft. Äh, Müsst du ja verwalten was? Mhm. Was hab ich jetzt gemacht? Warte hin. Ja, Absolu. Das kann das nicht sein. Abonnement. Es fällt ab 18. zwölf von 22. Also das kann es nicht sein. Voll im Saft. Aber ein Schloss bei Curse drauf. Schloss bei Deep Hawk drauf. Knockout. Über Schlosser drauf. Moment mal. Hast du die Spieler auf externer Festplatte? Nicht Apex. Nicht Apex. Also alle anderen Spieler, wo ich Lesser, falls du eine externe Festplatte hast, musst du die mal rausnehmen und die wieder neu reinmachen, damit er sich neu kalibriert. Dann findet er das wieder. Im Schloss habe ich schon manchmal gehabt, mit, ich glaube da noch eine PS4 und einem Wohnzimmer stehen. Ich habe die halt hier gekoppelt, irgendwie da in meinem Account. Und mit meiner Tochter spielen konnte da. Und dann habe ich die damals als primär gemacht, die untere. Hatte ich aber eigentlich vor kurzem wieder gewechselt hier. Daher kann das mit den Schlüssen schon mal sein. Aber warum ich jetzt auf einmal ein Schlosser hatte, keine Ahnung. Ich habe keinen Spiel starten. Warte, nochmal Apex. Ne, Dreckfehler. Na dann, das ist irgendwas, dann muss ich glaube, wir dann wieder neu kalibrieren die, die externe Festplatte. Also bei mir, bei meiner ist es so, wenn ich meine Wohnzimmer zum Beispiel nehme, muss ich erst mal einen Stecker vorne wieder raus machen und dann muss ich sie erst mal wieder aufbauen. Ich weiß nicht warum, aber meine Aktuelle war nicht meine Primäre. Vielleicht klappt es jetzt. Sieht besser aus. Sind wir da? Ne, wir sind noch da. Wir sind noch da. Wir hören dir ganz gespannt zu, aber gut, dass du mal fragst. Das ist tatsächlich das Einladung normal genommen. Das lädt da zwischendurch schon Apex. Sieht schon besser aus. Okay. Ja, für Online-Spiele brauchst du eigentlich die Dings, sage ich mal, deine Premiere. Nö, brauchst du gar nicht. Kannst du noch bei uns spielen, sagen ich. Ja. Aber ich hätte ich eigentlich für kurz noch umgestellt auf Premiere eigentlich. Ich weiß nicht, ob die wir nicht auf Premiere stehen, das weiß ich nicht. Na, siehst du, da bist da drin. Jetzt ist er doch. Da ist er doch. Das seht ihr mir als ich. Auf dem Ladebildschirm. Ja, aber da bist du bei uns schon eine Truppe drin. Du musst bloß noch das Knöpfchen drücken. Ja, aber dann kann es sein, dass es dann dadurch, dass da ein Draht drin liegt, dass es sich manchmal entscheiden kann, weißt du? Gerade wenn es gerade die Online-Spiele sind, weil ja diese Serverdinger da ja immer schnell aktualisiert sind. muss das ja schon noch Knöpfchen drücken. Ja. Habe ich. Ich hatte das nämlich mit meiner Alten im Wohnzimmer, aber ich habe auch gesagt, meine Frau, die soll eine eigene machen. Einen eigenen Account. Ja. Ich habe so ein paar Parade-Mappen. Schockst du deine Frau auf, bitte? Ja, aber halt eher mehr so wie so UNO oder sowas. Oder da, wo die Bilder oder so eine kleine Farm oder sowas, wo sowas was abbauen musst oder sowas. Sowas spielt die dann ja. Ich kenne sie in die Simulationen, aber so ähnlich halt zu denen, die auch bei Facebook findest diese Spiele oder sowas. Sowas zockt die halt immer. Oder so Tetris-Spiele, sowas in der Richtung. Das ist ihre Welt. Durch der Simulationen, durch folgt einem YouTuber, da ist ein paar Looten. Ah ja, alles klar. Würde ich mir das ganz zu eigentlich. Du hast halt viele Simulationen auf WC. Meine Tochter mag den auch gerne hören. Ich bin gestern im Bett, wollte die Paluten gucken. Dann sieht sowas aus. Na, ich weiß, was ist das denn für ein Scheiß? Er hat ja einen Staubsauger-Roboter-Simulator gespielt. Da war ja der Roboter. Musst du dann den Boden sauber machen. Okay. Schick euch folter an der Scheiße ein. Der spielt... Also ich kenne den von den Kids, also von dem Kleinen nur, hauptsächlich von... Ich glaube, der hat im Minecraft... Äh, nicht Microsoft, wie heißt es gleich hier? Dieses... Minecraft, Minecraft, Minecraft gespielt, glaube ich. Ich muss kurz stören, Peter. Ich soll auf euch gestellt. Ich habe gepennt. Hä? Na doch, warte mal, ich habe ne Mustarik, habe ich wenigstens vorbei. Na, du bist doch hier. Ja, weil der Verkehr ist im Wassen. Ausgesucht. Keine Waffe gekauft. Nur ne Scheiß-Mosan-Dick hier. Achso. Gepennt gerade. Aber der Kreis ist doch neu, oder? Ja, ja. Früher nicht, ey. Oh, der Kreis geht schon zu. Kannst du mal scannen irgendwie, oder so, dass die... Ich bin zu weit weg, oder? Von euch. Hier waren sie auch schon. Irgendwas höre ich hier rum, und da bleh. Ich sehe keinen von denen. Im Haus, da... Peter, im Haus, da... Boah. Die Tausenden, ja. Ich hätte nicht verschlossen, der Rosamick hier. Ich würde vielleicht nochmal normale Maps spielen, wegen, äh, weil die Insel zu spielen, vielleicht. Ja. Können wir machen. Weil die wussten genau, wo der Kreis endet, ungefähr, und haben dann die Dings reingesetzt, diese Gas-Dinger. Hast du ja gar keine Chance, hinzukommen. Das Kreis schließe ich jetzt gleich, fürs Rechts. Oh, der kommt ja in der, der kommt ja in der Vorder. Na, da ist ja mal eine Mannschaft. Oh Gott. Bis zum nächsten Mal. So, jetzt machen wir hier mal Attacke. Da drüben sitze. Da ist auch, ne? Wo? Hier oben. Ah, scheiße. Jört mich. Hier, hier oben, hier. Boah. 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 Ich bin wirklich doof, mich zu verstehen. Ja. Das war die unsinnig. Ja. Das kannst du ja dann zum Schluss machen oder sowas. Boah. Das ist doof. Aber wir unternehmen gleich. Was dagegen. Alles klar. Ja. 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 Was ist das? Sekunde, heile mich. Ich fäll mal einen los hier. Ich sende meinen Köder. Ich verpiss mich. Ich wurde gesichtet. Gerade nah. Ich bin am Boden. Ich glaube, ich habe einen, glaube ich, genockt. Wow, fuck, ich bin down. Ich habe zwei genockt. Bin aber auch leider down. Oh, super, das ist schon. Du hast zwei genockt? Ja, einer ist der noch, der tut mich gerade vollballern. Oh, nee, der eine hat ihn wiederbelebt, den anderen. Oben. Sind zwei. Der schießt mir das Neiber, die Sau. Der war die Sentinel haben, oder so. Wow, fuck ey. Fragend für down, Entschuldigung. Noch allein, was ich schon. Da kommen sie. Rechts von dir. Der ist über dir. Ich bin bin. Ich bin. Entschuldigung, noch da unten. Ah, schade. Verdammt ey. Schade. Und jetzt wieder normales, habt ihr gesagt? So, mal gucken, was da für ein Map gerade ist. Mhm. Dann können wir nochmal ein Neu mal spielen. So, nächstes wieder. Welche ist das? Die Rangliste? Ne, warte mal, was ist das? Arena? Nein, Rangliste. Epyx spielen. Ganz normal, oder? Mhm. Sturm-Trupp. Da merke ich. Hab ich jetzt ausgewählt? Bei mir steht noch 3 gegen 3. Mhm. Äh? Stimmt. Aber wenn ich da draufgehe, und dann... Epyx spielen. Sturm-Punkt, eine Stunde, elf Minuten. Da kann ich gar nicht spielen. Arena geht, aber dieses... äh... Epyx... Die kann ich gar nicht spielen. Es geht gar gar nicht. Party ist zu groß. Trios. Hitze. Hitze. Jetzt, ich hab's gefunden. Sturm-Punkt. Sturm-Punkt? Sag mir jetzt erstmal nichts. Na, ich hab die Fläche. Und das war auch Dings. Also, dunkel markiert. Ich dachte, hä? Warum geht das jetzt nicht auf? Ich mach mal. Schaut einen dir nah. Königs-Schloss. Sturm-Punkt. Mhm. Dann nehm ich jetzt hier mal wieder. Also, wenn jemand die Bangalore nehmen will, dann musst du was sagen, ne? Ich nicht. Hm, alles gut. Ich bin meine Loba. Also, die Lohre oder wie sie heißt, die wäre Halle Berry mäßig, so ungefähr. Ja, ja. Ich bin ja am Master. Äh. Das sieht doch neu aus, würde ich sagen. Jo. Das kennen wir noch nicht. Also, das sagt mir jetzt. Ach, doch, da ist die alte... Ne, oder? Ne, das ist die neue. Guck mal, das sind... Das sind links. Ja, das ist neu hier, das hier. Alles neu. Und das hier vorne hoch. Ne, ne, das hier, ne? Das ist dann nur drauf gemacht. Das ist dann nur ein bisschen umgestaltet. Das ist die Kulosträgerung. Guck mal, die Brücke hier links über das Wasser und alles, das ist alles neu. Ja, ja, das ist neu. Hier ist alles neu. Das ist ja, die ist erweitert worden, die Map. Ich glaube, ich... Ich glaube, ich... Oh. Oh, oh, fuck. Fuck. Wo kommen die denn her? Wir waren doch alleine hier. Hä? Wir waren doch gerade allein, oder nicht? Ja. Ich habe mir beim Abschirm keinen mehr gesehen gerade. Was geht denn hier ab? Junge, Junge, schnell raus hier. Was ist denn los? Ich dachte, wir waren alleine. Ich wollte mich gerade erst mal umgucken in der Kiste und wollte dich gerade pingen. Hier ist ein blaues Schild. Und schon habe ich noch Kugeln um die Ohren fliegen sehen. Junge, Junge. Das war heftig. Mhm. Und jetzt haben wir so die Vergleiche, Sascha. Hand und Apex? Hand, oder? Liegt dir mehr jetzt mittlerweile? Ja, auf jeden Fall. Weil das Hand ist ein bisschen gemütlicher zu spielen. Das ist halt echt hektischer, so zu sagen. Das Apex ist hektischer. Ja, ja. Ja, ja. Ja, das glaube ich. Also ich habe ja Hand jetzt noch mal so ein bisschen zugeguckt gehabt. Bei manchen. Und euch auch mal zugeguckt gehabt. Das sieht man bei einem auch ein bisschen. Kannst das mal ein bisschen looten, den wir so ein bisschen und dann langsam vorpirschen. Hier ist es ja eher mehr so. Ja gut, bei Hand musst du halt mit Bedacht vorgehen eigentlich, ne? Mhm. Weil jedes laute Geräusch, was du da machst, kann dein Tod bedeuten. Mhm. Und hier ist es halt, ja. Umso lauter und so doller. Ja. Kann man hier unten eigentlich auch hingehen? Mal, ich ping es sogar einmal mal an. Ja. Anscheinend, hä? Hm, sucht an. Da, wo man den rückwärts geht. Ach, hier. Da, ja, 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 ja. Du kannst es einfach auch hingehen. Da geht ja schon runter. Das bin ich. Oder lass dir es ganz egal. Hauptsache, wir gewinnen. Oder kommen einige, Sascha. Ja, ich fliege weiter. Ich brauchst du nicht, wo hier? Da geht ein paar Runde. Ja, hier, mein ich. Das sieht rüber alkohol aus. Wo? Das sieht rüber alkohol aus. Ich geh mal hier. Das sieht rüber alkohol aus. Ich will es nicht hoffen. Euer ist ein Tier. Boah, ich hätte angerufen hier. Hilfe, Hilfe. 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 Ich habe noch eine Waffe. Weil es wäre Munition, ist da alle. Minister-Gradat unterwegs. Das ist weg. So. ich habe komponition viel schon wieder was gerannt hier ich sag noch so jetzt hier ist ja schon so hier nur noch geräusche hier ist beim sascha hinten glaube ich halleluja du so geht auch nur kommen wir hier auch wieder raus ja ja alter vater die manche schon einfach machte machte allerdings was von links ein sprung teiler bei wem schießt du dann bitte noch mal die vier viecher ja was nur alles bei dir einstecken zack ich komme ja ich habe die anderen vier gab da kommen wieder neue ja jetzt bin ich am arsch wo ich komm wo bist du denn hinten wir müssen hier raus aus dem dicken oder wird blöde sau ich habe alles unter kontrolle danke alles leer bei mir blau rucksack hier bei mir den schilden oft füllen naja jetzt habe ich es irgendwie müssen wir hier gefangen hier können wir raus bestimmt irgendwo oder ja wie gesagt ich habe noch einen rucksack für euch hier kommt mal hier mal raus ja ja im kreis sind wir ziemlich gut das ist schon mal was wo bleibt der haki gehört noch mal haki noch noch mehr füllen hier warte ich gebe dir auch und dann kommst du einfach hoch hier sind noch irgendwo gegner ich bin besucht mit wozu wo achtung achtung die komme hier ist es denn war leute echt jetzt also im zuge aber es war mal interessant hat gut konnte ja keine wissen jetzt ja wo die auch mal gut geworfen haben noch die fische ja ein bisschen was ja aber du tust halt ganz schön was draufhauen auf die ja moni geht auch weg ja mit der schrot ging es eigentlich zwei schuss down also muss dann auch ziemlich gut treffen treffe sie näher drauf sein also ja das richtig die die fücher die wir dann mal in der lobby haben dem boden ding pro pro lassen die ja pro 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 hat er ist nicht erschießen wenn es doch eigentlich die knarre auch schicke bilder hier noch eine karte mir gefällt das ja speckte wieder den indianer jones aber das wird dann nochmal ein spiel das ist vorbei glaube ich dir ich habe karte der nummer eins doch schon also nur mal eins will ich nicht sagen aber ja lässt das was ok also zweite teil muss ich sagen echt gut aber wie gesagt ich muss mich bremsen weil jetzt so lange gespielt wo ich dachte oh scheiße guck auf die ohr ich bin jetzt gerade wo ich dann das boot holen muss das da wo man es dann in einem namen unterhalten haben wo mein braut daneben war ja weil das ist ja dann wo die wo der konvoi da über die brücke fährt und dann wo sie dann sagt nee das ist ein weiter weg genau und dann haben wir dann genau genau und dann trennen sie sich ja die zwei wieder bei der wdn beschützen oder holen den 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 kompagnon will er holen den kumpel da und sie sagt nee sie will das boot und will zu dem aquarium et cetera drei platter männer hier ja was ist was kann man jetzt auch noch hier rum fliege oder was ist das denn da oben oder hallo ja irgend so raum gedöhnt ich brauche rucksäcke polierte perfekte und wo ist die kist gut mech reich scharfschützen scharf stufe drei er sorgt ein konstantes bild in visier scharzt paket hier konzentriert sich den preis ladies habt ihr irgendwo in rucksack warte hier Da oben ist wieder eine Kiste bei dem Vieh. Bei dem Großen. Jaja, die habe Kiste. Die habe Kisten. Gibt es denn hier kein Seil zum hochziehen? Hm. Nicht zum hochziehen. Naja, hier zum Jumpen oder sowas. Das ist ein ganz schönes Stück dahin zu laufen. Was ist denn hier? Hier sind 2 Kinder mit dem komischen Ding hier. Da ist doch irgendwas so, oder? Das lila, ne? Äh, das lila, das grüne? Hier, das blaue. Boah. Scheiße, da schaffe ich nicht mehr was. Zu euch. Oh. Oh, ich suche mich. Entschuldigung. Ich will so einen Kuppe am Boden hier rumdrehen. Sorry. Oh. Ich schmeiße es doch raus. Ach, hier steht ein Fahrzeug. Ist das hier das blaue Ding? Jetzt holst du doch ein Fahrzeug hier. Da ist eine grüne da oben. Ist das eine Kanone? Wenn man reinschießen kann. Oh, ich will die Todesgäste. Wo ist das hier? Ist das geil? Ich bin der geborene Tridentfahrer. Ich kriege jedes Mal Geld, wenn ich das sage. Geborene Tridentfahrer. Oh, oh. Das steht jetzt im blauen Rucksack drin. Äh. Wo ist dann der P-Dash und wie der? Ich bin am Kreis. So, komm, komm. Jetzt holt er auf Habbo hier. Ich bin im Kreis. So. Ja, dann bleiben wir in Deckung. Bleib ich. Versuche ich zumindest. Was jetzt? Hier, komm rein. Alter Vater, ey. Die Gegend hier heißt Prowler Lager. Ach, da sind die Viecher. Die Larve, glaube ich, hier auf der Insel rum, ne? Was ist denn das für ein Teil? Hier kann man durchfliegen. Hä? Das komische Geschoss da gerade. Was macht ihr da hinten? Fahren. So, jetzt müsst ihr an mir vorbeikommen gleich. Ja. Hier ein schweres Magazin. Oh, das könnte ich. Ja, ja. Oh, das könnte ich. Ja, ja. Das könnte ich. Ja, ja. Das mag ich nicht. Das mag ich nicht. Elektrogewehr. Ne. Elektrogewehr. Ne. Repetierer. Marschweres Magazin. Hitzeschild. Das habe ich auch schon als eingepackt. Die stehen auch mal zu sein. Die kenn ich nicht. Die schützen ein Gebiet vor Ringschaden. Ja, das kannst du nicht weisen. Dann, wenn du im Dings bist halt. Okay. Fund ich auch nicht. Das kannst du schmeißen, wenn du... Wenn du in der Zone, also halt unter dem Ding, ne. Dann kannst du das Ding drin schmeißen. Und dann... Bist du geschützt. Hä? Jetzt mal ohne Witz. Wann ist das ein Triple-Tick ein Energiegewehr? Ja, ist doch. War halt nicht ein ganz normal Scharfschussgewehr? Ja. Es war mir eine Scharfschützgefalle, ja. Aber immer schon Energie-Munition? Ja, ja. Das war gar nicht bewusst gewesen. Soll ich jetzt die Fatschmann-Zone auch hier? Ich hab hier Pfeile gefunden. Ich hab hier die Pfeile gefunden. Ich hab hier die Vorschild. Stufe 2. Jo. 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 das ist schon durchgegangen ich habe es nur aufgemacht wie weit sind wir weg achtung hätte auf der anderen seite raus wirst du nicht raus Achtung da war auch einer noch da kommt er 10 Sekunden wenigstens der Ring in der Nähe Scheiße Bleib mal locker hier Kamerad Schnürschuh Ihr könntet ruhig mal auf die Karte schauen wir sind ziemlich weit voneinander entfernt Ja ich denke schon Oh oh Ach quatsch So komm So hier muss mich nur zusammenflicken Aktivier Sprungantrieb Peter machst du auf Hehehe Das Tor auf Und Tor wieder zu Wo seid ihr? Ich bin hier ganz links am Felsen Ich komm mal zu dir hier Erstmal ausruhen kurz Ich kann auch kurz Inventur machen hier Ich kann ja nicht raus Was soll ich denn hier Aber schon irgendwie cool War von euch immer ein Schauschlüssegewehr? Ne Peter Ich fülle mal dein Schild auf Oh ja stimmt Wie war das mit Steuerkreuz nach oben ne? Ja Ja Wenn du es festhältst Geht es Steuerrad auf Und dann siehst du wo da Schilder sind Ja Danke Für den Tipp So wir müssen Leute Weiter Vier Scots schon noch Oh das ist ziemlich wenig Na die haben sich ziemlich am Anfang alle abgeballert Während wir noch hier Am Strand Uns gesonnt haben Ja Vernünftig so Hä was ist denn das hier da? Was denn? Das rote Der Ring schließt dich in einer Minute und dann ist hier alles futsch Äh guck mal die Dicke hier Äh Spinnen Das ist ein Spinnensymbol Sascha Ja Oh Bin ich da mittendrin jetzt gerade oder was? Ich bin jetzt hier unten drunter gegangen Na sauber Oh Ha 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 das rote also seht ihr gar nicht hier ist ein goldner helm ja du kannst dich durch die dingen wenn du hier durchgehst kannst du euch die grünen dinger durchfliegen das wieso eine kanone ist das ich hatte jetzt einfach mal ausprobiert aber ich bin voll ins ja die richtung der richtung aha also es gibt diese spinnen gibt es hier leise und schritte ich weiß aber auch nicht wo und ihr wort es nicht im kreis wir sind am rand vom kreis das ist ja schon mal drei preis kurz woher die kommen doch okay das doch gibt es andere squad bitten drinnen von drei leuten gewesen im sandwich egal platz platz 3 das ist auch schon mal 222 sicher ja kaffee durch die maske stimmt mit null ggc ist das kein schaden ja aber das wenn die vier ist schon wenn du das mit die fische beschäftigt müssen hinter dir kommt es kommt dann müssen aber schnell werden aber was gut ist du kannst das die spieler loslassen haus dann ab eigentlich und dann können die erst mal beschäftigt level aufstehen ich muss noch kurz den link machen machen wir mal du liegen ja dann gehe ich noch mal kurz so eine dombe zählen damit ich glaube Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war ein Zufall. Ich glaube, das war es dann. Dann alle meine Anhänger angehangen. Ich habe sogar aus Woche 1 hier eine Herausforderung verursacht. 2.500 Schaden an Prowlern auf Sturmpunkt. Okay. Ich bin jetzt bei Club oben spielen. Und da hat der Sascha von aufgelöst. Warum? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich bin zwei Runden jetzt. Ich bin müde. Ich bin müde. Ich bin müde. Ich bin müde. Și低 왜냐하면 mit. Ich bin müde. Ich bin müde. Es hat geschickt. dann muss nachher noch nicht auf drehe mich rum suche meine tochter sie nicht da bei dir angerufen oder weil meine frauen die zwischen boden hat angerufen ist aber manchmal hoch geordert das hast du gerade oma angerufen ja warum sagst du nichts ja da wollen man dran ist er bei europa da muss aufpassen mit japan oder so was telefonierte das war teuer aussieht mir nur irgendwo im fernsehen oder sowas ich habe ich gerade lang fein gemacht ich glaube sogar letzte runde letzte gestalterung land fein gut überleben die letzte noch haben wir echt lange gespielt das waren was für empfinden wo der stream gelaufen ist knapp zwei war es glaube ich nur oder man gestern der stream auf vier stunden irgendwas war zu quatsch ja was man gestern gestern war es ja auch so weit aber heute ich bin ja master ja aber da haben sie sich das abgeguckt muss ich sagen das war davor gespielt haben diese dass jedes mensch oder jede persönlichkeit oder fähigkeit hat weiß das haben sich meine von epics abgeguckt weil bei fort hat hast du das nicht dass da irgendwie jemand seine fähigkeit hat das dann irgendwie verschiedene skin waffen oder sowas das war das jetzt so ja ich glaube ja 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 dann lass mal sein geht auch hier oder da stehen am strand schirmchen drink oder hier ne da gucken ob da was mit kippt das knallt denn hier dann schon wieder so ist das denn hier immer das ist was ich dachte eben schon hier gibt es wieder nix ist ordentlich erstmal einsacken was kommen denn hier repetiergewehr ganz ehrlich nein das war die falsche war das war die richtige woche das fehlt nur eine richtige waffe irgendwie mal schauen wir wollen hier ist eine brawler im peter salben mit fünf schiff hohe feuerrate hier ist ein evo schiff hier ist ein phoenix kit hier ist ein phoenix kit hier habe ich es doch gar nicht hier ist eine schildzelle hier ist noch ein blaues schild peter hier ist ein blaues schild dahinten noch hier 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 ist hier ist hier zufrieden hier ist hier ist da hier ist Ich brauche ein Rucksäckchen. Ich brauche nur ein normales jetzt. Soll ich nicht durch den Tunnel gehen gleich? Mhm, Sascha geht schon durch. Achso. Ja, da ist auch gleich ein Kreis. Ach, oben ist noch eine Röhre. Ich hab doch... Achso, ich hab schon blau drauf. Ist der Bogen gut oder nicht gut? Mhm. Ein normaler Rucksack gerade hier liegen. Ach, hier. Hier ein blauer. Noch eine neue Waffe hier. KMP. Was? Hier. Finde ich auch nicht. Das ist aus. Uh, was? Gut. Wortschnitt. KMP. Okay. Die ist halt mit schwerer Munition. Das rennt sie in der Linie. Ja. Ähm. Ja. 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 Jetzt, falls jemand Schaufschätzen mit mir hat. Ja. Ja. hier ist ein rucksack stufe 1 normaler rucksack hier ich kann ja durch die lode einmal sehen wo legendäre sachen rumliegen ist das ich weiß nicht was liegen da sachen auf dem boden hier aber das waren nur lila blumen du kannst ja auch deine dinge aufstellen ja musst du schon ein bisschen dumm umkrecht was sein hier haben wir vorhin ne das ist hier Jurassic Park oder was ich finde sie cool aus eigentlich ja das ist vermust vor allen Dingen cool gemacht ich sehe jetzt hier nichts irgendwo auf wohl ich glaube die Kisten sind auch von mir da liegt links was legendäres sachen ich könnte noch schweres magazin gebrauchen warte ich stelle jetzt hier oben mal so ein ding auf ich habe mir da noch ein paar Sachen dran hier er öffnet schon dreht euch meine waarde an ist gleich hier gebrauchen ausspannig leichtes magazin ist drin aber ich habe nichts besonderes machen aber das ist ja nicht für das teil hier oder erweitertes das ist doch hä der hat doch schweres magazin wieso kann ich da ne 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 Peter auch noch hier der hat schwere Munition ich bin auch hier ja ne ne leichtes magazin ok echtes ja hä so wird Kombi ja eben naja da ist alles offen schon unten da ist ein blauer Helm da offener Versorgungsbehälter hier Rampage 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 Tür geballert Rampage ist ja riesig die map raps wenn hier noch ist aber warte das schweif ist nochmal weg braucht jemand leichte munition davon genug eine vernünftige optik für die wohl schöne optik ich hätte eine aber wie krieg ich jetzt wird runter wie war das sind wir geben halt fest und das war fast ich könnte eben scharf schützen aber mit ziel war er aus der hüfte ich habe eine optik drauf da sind wir doch schon wieder am 2 oder das alles für die alles irgendwie zum zu wie bei uns in der regierung ein reiner zu genau schon unsere außenministerin anschauen und so verteidigungsministerin anschauen hat sich vielleicht eine armenbrust genug feiner um die gerade ist noch normale optik ich hätte eine vier ich hätte ihn in der optik okay wenn du brauchst dass er da traurig die ja dann tausche ich meine dann nehme ich nur normale mit schöne blau auf das ist aber echte komisch kombi schwere munition und mit der top 5 aber ja nun gluten und gluten und gluten und gluten und gluten und gleich wenn wir wieder gelootet mit dem kreis drin aufpasst naja am kreis oder geht auch gleich tings runde wir sind drin klettern aber auch hier was fällt hier diese märchen jede truppe hier bei uns seine nähe hier da hebt er rum hier der ist gerade beschossen worden da kommt noch einer noch mal mit oder hat man zurück oder jetzt neu wir da sind dann drin noch soweit kippsinnen peter da oben wir haben wieder im sandwich da kommen die nächste hier jetzt konnte ich schon immer die waffe ausprobieren er so ein müsst ach nee das macht doch kurz spaß sind wir schon mal da drin fucking sandwich und der peter hat zwar geschaffte peter ist der houdini munze 45 bring es nicht weit weg sind wir mit einem klarte also brennt dings halt das brennt heil zermied kann also was nach 30 sekunden peter geht da schließlich kreis ja du wusstet der kreis ich würde mich langsam wegschleichen die sind gerade beschäftigt aber ich bin der waffen an wir holen wir noch unser dings bitte ich bin zu weit weg wir sind doch von um die eck da kommen denn da kommt einer vorsicht davon jetzt hau ab ich war's auf den herr warte den mal da oben noch lade wie die geier in die kiste ja und ich habe nicht viel drin gehabt da war nur scheißdreck drin aber das ist fast ein novo mir Sascha mit null schaden kennt man gar nicht ich würde sagen lassen es gut sein vor allem müssen sich 22 sterne gemacht so jetzt würde ich doch mal gucken was das für eine knarre ist hier so wo waren die ms das mp oder was tatsächlich also wie gesagt dafür dass wir also ich zumindest schon seit jahren nicht mehr gespielt habe dieses spiel gut unter dem top 10 immer gelandet auch wenn man halt wenig wenig kills gemacht haben so gut wie gar keine aber trotzdem und eine neue map und neue tiere die ja für andere schon wieder fast alt sind Sascha kommt mal unter mps ist da einer vorausgefallen für die kram oder gab es da nur die alter der prowler die alter der prowler die 91 die volt die wüsste eigentlich müsste alle dauer sein ok jetzt ist schon funktioniert die klar so hätte ich mal gelegenheit gehabt zum ich habe leider keine gelegenheit lmg rampage dabei devotion ja das schnelle spiel ist mir nicht mehr gewohnt also das ist schlecht schlecht schleich modus aber trotzdem wann gemacht muss ich sagen trotzdem lustig aber du hast recht das ist halt eben aber eine riesengroße map muss ich sagen gut dann würde ich sagen das war's für heute jetzt schon fand ich auch ja das war's von unserer seite hier werfen wir froh dies geben aus und neuen freckes würde sagen wir sehen uns beim nächsten let's play we play wieder macht's gut bis dahin ade 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 le makrele